Du willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur beim Marktführer MMOGA. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf einem normalen Foot-Account und ja, ich will heute mal ein bisschen mit euch labern, mit ihr auch auf den aktuellen Stand kommt. Leider, das will ich gleich zu Anfang sagen, haben mich ja noch nicht so sonderlich viele auf Facebook geliked. Also, ich glaube 4000 Likes oder so sind es jetzt erst bei 28.000 Abonnenten. Ist klar, dass keine 28.000 Leute gucken, sonst hätte ich ja immer 28.000 Views. Aber, es gibt immer sehr viele, die unter Videos fragen, zum Beispiel, wo ist Last of Us, wann kommt Outlast und bla bla bla. Ja, wenn ihr das doch wissen wollt, ich meine, selbst wenn ihr kein Facebook habt, dann müsst ihr euch ja nicht liken, aber ihr könnt euch ja zum Beispiel meine Page als Favorit irgendwo abspeichern. Sorry, ich muss immer hier ausmachen, weil Facebook, ja, das ist wieder Facebook, da kommen jetzt als die Nachrichten durch. Machen wir ganz kurz laut los. Ne, ihr könnt euch das auch, wenn ihr kein Facebook habt, geht ja einfach jetzt mal unten in die Beschreibung rein, klickt den Facebook-Link an und macht dann einfach die Seite als Lesezeichen. Und wenn ihr euch dann denkt, zum Beispiel, hm, Massive, jetzt müsste aber mal Last of Us kommen oder hm, Massive, jetzt müsste mal Outlast kommen, dann schaut da einfach mal auf Facebook vorbei, weil da kann ich halt, ja, am besten die Infos raushauen und da hätten dann zum Beispiel gestern auch einige gesehen, warum der Uploadplan gestern so seltsam war. Das heißt, es kam ein 3 Uhr-Morgen-Video, dann auf einmal um 15 Uhr keins, dann wieder um 18 Uhr eins und um 20 Uhr eins, aber auch nicht zum Beispiel Outlast oder, na gut, Outlast kam ja morgen frühs, aber auch kein The Last of Us. Das hatte natürlich alles Gründe und das zum Beispiel habe ich auch gestern auf Facebook geschrieben. Das hättet ihr dann mitbekommen, wenn ihr mich da geliked hättet. Jetzt will ich das aber auch nochmal ein Video machen für die Leute, die Facebook, äh, Facebook vor allem, Facebook so abnormal hassen, fangen wir mal ganz vorne an. Es sah so aus, äh, gestern gab es einen Livestream, beziehungsweise für euch war es dann schon vorgestern, wenn ihr das Video jetzt seht. Da war ich um 20 Uhr, hab ich mir nochmal schön mit dem Roller, bin ich nochmal losgefahren, hab nochmal Bierchen geholt und hab nochmal ein paar Erdnüsse geholt, einfach so für nebenbei, ne. So, bin nach Hause und um 21 Uhr hat der Stream gestartet. Ich würde mal sagen, sehr erfolgreicher Stream gewesen. Wir hatten eine lange Zeit über 2000 Leute im Stream, zu Höchstzeiten fast zweieinhalbtausend und, äh, um zwei Uhr morgens waren noch über 1000 Leute drinne. Um sechs Uhr morgens, deutscher Zeit jetzt, waren sogar noch, äh, 200, 300 Leute drinne. Also, ich glaube am Ende ist es dann aus 150 so runtergegangen, aber trotzdem noch abnormal. War richtig geil, es hat mir unglaublich Spaß gemacht, weil ich meine, das war mein zweiter Stream erst, aber irgendwie macht es mir echt Fun. Dann, wir haben ein bisschen Packs gerotzt, es war nicht so erfolgreich, haben ein bisschen COD gespielt, da war ich ein bisschen sehr drauf. Da mach ich vielleicht für heute Mittag, schneide ich mal vielleicht ein kleines Special zusammen. Aber ich muss gucken, ob mein Aufnahmeprogramm auch meine Stimme aufgenommen hat, das weiß ich nämlich nicht genau, weil, äh, ich hab das so noch nie aufgenommen. Naja, darum soll es jetzt aber erstmal nicht gehen. Auf jeden Fall war ein richtig geiler Stream. Und dann irgendwann morgen früh, so, ja, gegen 6 Uhr, das heißt bei mir war es ja dann 11, wegen der Zeitverschiebung, hab ich gesagt, jo Jungs, ich mach mal kurz 5 Minuten Pause, ich wollte Kippen holen. Denkst du dir, kann ja nichts bei passieren, ne? Ja, ich jedenfalls mein Portemonnaie gesucht. Messe, wo ist das Portemonnaie? Okay, ich alles durchsucht und dann ist mir eingefallen, fuck. Ich hab gestern Abend noch mit dem Roller Bier und Erdnüsse geholt und ich hab mein verkacktes Portemonnaie vorne im Roller vergessen. Das heißt nicht im Helmfach, sondern die Roller hier haben irgendwie alle vorne noch so, ja, so ein ganz kleines Ablagefach sozusagen unter der Armatur. Und da hab ich vollidiot das Portemonnaie drinnen vergessen. Und ja, ich wusste eigentlich schon, was, äh, Sache ist. Also, bevor ich zum Roller gegangen bin, ich rausgegangen, zum Roller gegangen und es war natürlich nicht mehr drin, ne? War klar. Da möchte ich jetzt aber auch gleich von Anfang an sagen, äh, redet jetzt in den Kommentaren nicht irgendwas über Thais oder sowas. Das wäre genauso in Berlin passiert oder in Frankfurt. Das war komplett meine Schuld und, äh, deswegen, das hat nichts mit Thai oder sonst was zu tun. Weil, ja, in Berlin, wenn der Roller draußen steht und da sieht irgendwer ein Portemonnaie da drin rumliegen, das hättet ihr auch irgendwer abgezogen. Natürlich gibt's vernünftige Leute, aber auch in Berlin oder in Thailand gibt's Leute. Ich, in Thailand muss ich sogar sagen, kann ich sogar noch mehr verstehen, weil hier ist das Geld ja ein bisschen knapper. Allgemein kann man das natürlich nicht verstehen, das ist logisch, aber es wäre überall passiert. Und natürlich dicke meine Schuld. Trotzdem ist da jetzt einiges abhandengekommen. Ich kann euch ja mal eine Geschichte erzählen, warum das auch noch so ein großes Pech ist eigentlich. Normalerweise habe ich hier in Thailand immer nur extra, ich habe so ein kleines Metallet, wie ist das, weil, äh, manchmal gehe ich auch mit der Cola an den Strand und da kann ich halt auch mit ins Wasser sozusagen. Und da habe ich meistens so 20, 30, 40 Euro mal drin, 50 Euro, wenn man mal weggeht, vielleicht mal ein bisschen mehr natürlich umgerechnet. Also ich habe hier natürlich immer nur Bart dabei, aber umgerechnet so maximal 50, vielleicht auch mal 100, wenn ich was einkaufen will. Das ist aber dann wirklich das Allermeiste, was ich da in dem Ding mal drin habe. Und das Wichtigste ist, da ist nur Kohle drin, nichts anderes, wirklich nur Bargeld. Und, äh, wenn mir das gestohlen worden wäre, hätte ich gesagt, jo, okay, Hunni weg, passiert, selber Schuldmessiv. Das Problem war einfach nur, ich musste heute, musste ich was bezahlen, ein bisschen Strom bezahlen, ein bisschen Wasser bezahlen und, äh, den Roller bezahlen, also die Miete. Und deswegen habe ich gestern, das war schon ein bisschen früher, kurz bevor ich die Erdnüsschen und sowas geholt habe, war ich am ATM, also hier am Geldautomaten und habe 300 Euro abgehoben. Dann, also umgerechnet, keine Ahnung, waren es irgendwie 15.000, 16.000 Bart oder sowas. Und insgesamt hatte ich dann im Portemonnaie so circa 360 Euro. Und dazu, also ist ja schon hart genug, dass die 360 Euro weg sind. Ich meine, äh, das sollte für jeden ein bisschen Geld sein. Für die 360, äh, da hätte ich noch ein Hunni draufgelegt, dann wäre das Streaming-PC schon fertig gewesen. Aber naja, jedenfalls 360 Euro weg, okay, das wäre ja auch noch gerade so okay gewesen, auch wenn es natürlich auch nicht schön gewesen wäre, beziehungsweise nicht schön ist, es ist ja leider passiert. Das noch Schlimmerer ist eigentlich, dass in diesem Portemonnaie noch drinne war, meine, alle Kreditkarten von mir, dazu noch meine Girokarten und mein Personalausweis und mein Führerschein. Also das Einzige, was ich jetzt aktuell noch besitze hier, so an Dokumenten sozusagen, ist meine Krankenkassenkarte und mein, äh, Reisepass. Ist ja schon mal ganz schön, dass der Reisepass nicht ins Portemonnaie passt, sonst hätte ich den wahrscheinlich auch noch da drinne gehabt. Naja, jedenfalls, das habe ich noch. Und ja, da war ich natürlich erstmal komplett down, weil, okay, Bargeld weg, aber wenn du noch eine Karte hast, dann kannst du dir ja sozusagen Neues holen. Dann ist das ärgerlich, aber es ist nicht ganz so katastrophal. Aber ohne Karten sitze ich jetzt hier natürlich und kann noch nicht mal mehr Kohle abheben. Ich habe 0,0 Euros. Ich habe jetzt natürlich doch wieder welche, weil ich habe hier einen Kollegen gefragt, ob der mir mal aushelfen kann. Der hat auch gesagt, jo, hier, hast du ein paar Euros, damit ich halt hier wenigstens was fressen und trinken kann. Und, äh, ich habe auch schon mit meinen Eltern geredet, die werden mir wahrscheinlich per Express ein bisschen was zukommen lassen, bis ich halt meine Karten wieder habe. Weil das ist der nächste Punkt. Ich habe dann natürlich erstmal alle Karten sperren lassen, äh, damit da nicht auch noch irgendwie Unfug mitgetrieben wird und gleich auch neue Karten beantragt. Erst wurde mir gesagt, dass die Karten direkt hier nach Thailand geschickt werden können. Ich habe auch keinen Anruf mehr bekommen und jetzt habe ich eben mit meinen Eltern geskypt und, äh, mein Vater meinte so, jo, die Bank hat angerufen hier bei uns und, äh, meinten, keine Ahnung, hatten anscheinend meine Nummer nicht oder was weiß ich, auf jeden Fall meinten die, dass sie die Karten nicht nach Thailand schicken dürfen. So, jetzt müssen die Karten erstmal in Deutschland zu meinen Eltern geschickt werden und dann müssen meine Eltern die Karten nach Thailand schicken. Das heißt, das wird hier gut und gerne 15, 20 Tage dauern, bis ich dann meine Karten wieder habe. Und ja, Perso und sowas, keine Ahnung, den werde ich erstmal als gestohlen hier wahrscheinlich melden auf der Polizeiwache. Ähm, aber ansonsten, ich brauche ja hier eigentlich keinen Perso. Ich brauche ja zum Ausreisen und sowas brauche ich ja auch nur meinen Reisepass. Also, das ist jetzt nicht so schlimm, äh, aber schön ist natürlich nicht. In Deutschland werde ich dann erstmal wieder für Führerschein und alles auch wieder über 100 Euro zum Beantragen zahlen müssen. Naja, aber wie gesagt, das Schlimmere ist eigentlich die ganzen Geldkarten, dass die alle weg sind und 360 Euro sind natürlich auch nicht so schön. Und das ist einfach, äh, der erste Grund, warum gestern zum Beispiel so ein seltsamer Uploadplan kam. Ich meine, ich habe trotzdem drei Videos gebracht, äh, obwohl ich wirklich einen richtig Abfucktag hatte. Das Mittagsvideo kam nicht, weil ich halt morgens noch unterwegs war, habe, äh, Besorgung gemacht. Was heißt Besorgung? Ich habe hier die Anrufe und sowas gemacht und war halt auch bei Kollegen. Und habe da mit dem ein bisschen Plausch gehalten und halt, wie gesagt, von dem einen auch ein paar Euros bekommen. Und, äh, ja, deswegen kam das Video nicht. Das 18 Uhr, äh, das 15 Uhr Video habe ich dann um 18 Uhr freigeschaltet und, äh, das andere Video kam dann um 20 Uhr. Und auch heute, das will ich jetzt schon mal ankündigen, ich nehme ja immer einen Tag im Voraus auf. Und auch heute wird, werden wahrscheinlich drei Videos kommen, ja. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht so standardmäßig sein mit Outlast, äh, Outlast und The Last of Us und so. Ich meine, Outlast müsste sowieso, ich denke mal, dann erstmal die letzte Episode sein. Ja, danach spielen wir auch das DLC. Aber ich glaube, jetzt kommt die letzte Episode. Ich habe sie noch nicht gespielt. Das kann ich schon mal sagen. Das werde ich dann, äh, noch machen. Vielleicht sogar jetzt gleich oder so. Weiß ich noch nicht genau. Ähm, auf jeden Fall nehme ich das noch auf. Und, ja, äh, da müsst ihr jetzt leider durch. Also, das heißt, es wird wahrscheinlich heute nochmal seltsamer, was heißt seltsamer? Es kommen einfach nicht die gleichen Videos wie normalerweise. Das heißt, es wird vielleicht zwei-, dreimal FIFA sein. Vielleicht noch einmal Frauenserie oder so. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht kommt einmal Outlast. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Lasst euch da einfach mal ein bisschen überraschen. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob es, wartet, das sind jetzt die Videos für Freitag. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob Samstag schon alles wieder normal ist. Aber ich würde sagen, spätestens Sonntag sollte alles wieder in geregelten Bahnen laufen. Ich hoffe auch wirklich, also, wie gesagt, meine Eltern wollen die Kohle per Express rüberschicken mit, äh, Western Union oder sowas. Und dann müsste ich eigentlich auch relativ schnell vielleicht morgen sogar schon die Kohle hier haben. Und dann ist das schon mal wieder alles ein bisschen besser. Weil ich musste natürlich dann auch hier zur Vermieterin gehen. Musste der erzählen, dass auf einmal alles weg ist und ich erstmal keinen Strom bezahlen kann. Aber sie hat dann gesagt, das geht schon in Ordnung. Und, äh, ja. Muss ich das dann jetzt hier bis zum Wochenende machen. Also, ich habe ihr schon gesagt, dass ich dieses Wochenende bezahle. Und ja, die ganze Scheiße kam halt zusammen. Ich meine, ich bin komplett selber schuld. Ich will das hier auch auf gar keinen anderen schieben. Also, auch nicht auf den Teil, der das dann abgezogen hat. Also, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es einer war. Und, äh, ja. Ich meine, selber schuld. Wenn ich so eine... Ich meine, wenn das... Wäre schon schlimm genug... Äh, äh, dumm genug gewesen von mir, wenn ich das im Helmfach gelassen hätte. Das wäre ja schon dumm gewesen. Dann hätte ich noch so eine kleine Ausrede gehabt. Oh, der hat das Ding aufgeknackt oder so. Aber wenn ich so blöd bin und das Ding einfach da vorne offensichtlich hinlege, dann ist es einfach meine Schuld und dann ist es halt, ja, etwas höheres Leergeld. Also, ich mache da bestimmt mit den ganzen Beantragungen Minimum 500 Euro miese und halt, äh, den ganzen Stress, was fast noch schlimmer ist, dass ich jetzt hier wirklich diese Probleme habe. Aber naja, ich wollte euch das hier auf jeden Fall in dem Video nochmal erzählen, weil es sind halt leider nicht alle auf Facebook. Genau dasselbe habe ich auf Facebook übrigens auch nochmal geschrieben gehabt gestern. Und, äh, ich habe mir gedacht, ich sage das natürlich auch nochmal in Videos, weil es passiert halt wirklich immer öfter, dass nachgefragt wird, ja, wo sind denn hier die und die Videos? Die Frage müsst ihr gar nicht in die Kommentare stellen, wenn ihr zum Beispiel Facebook einfach mal vorbeigucken würdet. Ich meine, ihr könnt das ja auch eigentlich so machen, zum Beispiel, wenn ihr unter einem Video seid, zum Beispiel 20 Uhr Video, was jetzt auf einmal FIFA ist, und ihr fragt euch, warum, äh, ist hier FIFA und kein Outlast? Dann klickt ihr einfach mal auf, äh, Beschreibung, mehr Anzeigen und dann klickt ihr einfach mal auf den Facebook-Link und dann habt ihr wahrscheinlich in den meisten Fällen eine Antwort darauf. Weil meistens, wenn etwas, ja, nicht normal hochgeladen wird, das heißt, zum Beispiel Outlast war ja eigentlich für 20 Uhr immer geplant. Allerdings muss ich sagen, Outlast wäre sowieso nicht um 20 Uhr gestern gekommen, weil es kam um 3 Uhr morgens und ich bringe nicht zweimal am Tag Outlast. Das habe ich schon mal gesagt, weil Outlast ist eben so ein kurzes Let's Play. Okay, so, ja, und da habt ihr dann auf jeden Fall auf Facebook immer die aktuellen Infos. Wie gesagt, mir ist das auch latte, ob ihr das liked. Mir bringen diese Likes ja im Großen und Ganzen eh nichts. Im Großen, na gut, eigentlich bringen sie schon was, weil ich euch dann, äh, besser informieren kann und ihr besser benachrichtigt werdet. Das ist logisch. Aber diese Likes bringen mir jetzt auch keine Kohle oder sonst was. Es geht mir nur darum, dass ihr besser informiert seid. Und ja, deswegen, ja, wäre es natürlich ganz nice, wenn ihr euch da irgendwie hinreißen lassen würdet, das zu machen. Es ist ja wirklich nur zu eurem Besten. Da müsst ihr nicht immer solche Fragen stellen, weil ihr halt alles wisst. So, ja, das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen gewesen. Ich habe jetzt auch gerade überhaupt keinen Bock zu zocken. Ich bin wirklich schon ein bisschen down. Vor allem am meisten kotze ich mich halt an, weil ich halt selber schuld bin. Ich meine, wenn es jetzt so gewesen wäre, irgendwie, keine Ahnung, ich wäre mit dem, äh, hier Portemonnaie ganz normal unterwegs gewesen, irgendwie abends mal, und mich hätten so zwei Ties überfallen. Nein, nur als Beispiel mal. Gut, da wäre ich nicht schuld gewesen. Da kannst du zum Beispiel nichts machen, keine Ahnung, die stehen mit zwei Messern vor dir und ziehen dir halt die Kohle ab. Dann ist es halt so. Gut. Natürlich hätte es mich auch aufgeregt. Das ist doch gar keine Frage. Aber dann weißt du wenigstens, da konntest du jetzt nichts machen. Aber ich weiß einfach bei dieser verkackten Scheiße, dass nur ich alleine an der Kacke schuld bin und kein anderer. Und das ist halt wirklich das, äh, ja, was einfach scheiße ist. Aber wie gesagt, wo ich halt selber schuld bin. Naja. Ich kann ja immer nochmal drauf hoffen, dass, ja, ich hab ja auch, genau, das kam ja auch noch dazu. Ich hab ja gedacht, oh, vielleicht waren sie wenigstens so, wie es öfter mal in Deutschland passiert, äh, haben die Kohle rausgerissen und haben das Portemonnaie irgendwie weggeschmissen. Von mir aus haben sie auch noch die Kreditkarte mitgenommen, aber wenigstens irgendwie Perso und Führerschein noch drin, ne, und haben das halt irgendwie irgendwo in den Busch geschmissen. Da bin ich heute Morgen dann auch bestimmt noch eine Stunde hier so ein bisschen abgegangen, hab mal in den Mülltonnen reingelunzt und, äh, nebenan so ein bisschen auf größeren Rasenflächen hab ich ein bisschen rumgeguckt. Aber es war nicht auffindbar. Es kam auch noch keiner hierher, der irgendwie mir das Geld, äh, das Portemonnaie gebracht hätte, weil er es gefunden hat. Ich meine, das Problem ist halt auch, in Deutschland wäre die Chance wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, dass es wirklich nochmal gefunden werden würde, beziehungsweise zu mir zurückkommen würde, weil da steht ja natürlich meine Adresse drauf. Das Ding ist nur, in meinem Portemonnaie ist überhaupt kein Hinweis auf meine thailändische Adresse. Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Das heißt, selbst wenn die Geldbörse irgendwer hier finden sollte, irgendeine nette Datei, der mir das gerne wiedergeben würde, er kann es mir eigentlich gar nicht wiedergeben, außer er weiß zufällig, hat mich schon mal gesehen und er kennt mich irgendwie auf dem Perso wieder und weiß zufällig, dass ich hier wohne. Aber ehrlich gesagt ist diese Chance relativ gering. Deswegen hoffe ich, ich muss morgen nochmal zum Bullen gehen, vor allem wegen dem Perso. Ich meine, die Karten sind eh gesperrt, mit denen können sie eh nichts mehr machen, aber nicht, dass sie den Perso für irgendwas benutzen. Keine Ahnung, schneiden irgendwie mein Face raus und machen da ein anderes Face rein und dann reißt irgendwer mit meinem Name da im Land rum. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich da nochmal Bescheid sagen und vielleicht, na, die Schocks ist sehr gering, aber vielleicht kommt ja dann irgendwie das nochmal zu mir zurück. Ein paar Kärtchen vielleicht wenigstens so, Führerschein, Perso, wäre mal immerhin etwas. Die Kohle ist natürlich komplett abgehakt, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass ich es verloren habe. Wenn man es verloren hat, dann kann man noch ein bisschen dran hoffen, dass es vielleicht wiedergefunden wird und der Kerle so gar nicht das Geld rausgenommen hat. Aber es wurde ja definitiv geklaut, weil ich bin mir sicher, dass ich es da vorne drin hatte. Ganz, ganz sicher. Und ja, deswegen weiß ich halt, dass es geklaut wurde und deswegen wird das Geld ganz sicher nicht wiederkommen. Und joa, das wäre eigentlich die Geschichte gewesen. Ich hoffe mal, ihr könnt das verstehen. Vielleicht einige nicht. Keine Ahnung. Aber, äh, das muss jetzt halt einfach mal so sein. Es ist vor allem so verdammt ärgerlich, weil, mir hat das Stream jetzt die letzten zwei Mal so unglaublich Spaß gemacht. Es hat wirklich richtig Fang gemacht. Muss ich einfach mal so sagen. Ich habe das vorher nie gemacht und ich denke mal, man hat das auch gemerkt. Das war nämlich auch so Frage im Stream, was ich für Kohle mit Twitch mache. Ich mache 0,0 Euro. Null. Null. Noch nicht mal ein paar Cent. Weil ich bin kein Partner. Ich bin gar nichts. Und, äh, ich habe das komplett nur aus Spaß gemacht. Und ich denke, gerade am zweiten Stream, der circa neun Stunden ging, bis 11 Uhr morgens bei mir, zu meiner Zeit, 6 Uhr deutscher Zeit, die elf Stunden, äh, die neun Stunden, die habe ich einfach aus Spaß gemacht, um euch zu unterhalten. Wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht. Und, äh, nicht wegen Kohle oder sowas. Und da habe ich mir dann auch gedacht, boah, so ein Streaming-PC muss her. Da guckst du dir ja mal hier die Finanzen an und dann besorgst du mal so ein Ding. Weil mit einem Streaming-PC ist dann halt nochmal geiler. Kannst die Facecam reinklatschen, kannst Abos, äh, in Skype mit reinholen, kannst die auch noch ein bisschen am Stream teilhaben lassen. Und es ist natürlich mit so einem Streaming-PC, beziehungsweise wenn man über einen PC streamt, nochmal um einiges geiler. Weil die PS4, die beschneidet dich schon ganz schön. Wir wollten zum Beispiel gestern ein Ilja mit in den Stream reinholen. Da sind wir zusammen in eine Party gegangen auf der PS4. Wurde der Ton aber nicht übertragen. Also das hat überhaupt nicht geklappt. Und, äh, Facecam ist mir auch nicht möglich. Ist natürlich eigentlich schon möglich mit der PS4. Aber ich habe meine Kamera in Deutschland. Ich habe sie nicht mitgenommen, weil ich dachte, wofür? Brauchst du doch eh nicht. Naja, hätte ich doch gebraucht. Und, äh, man kann halt mit dem PC so viel mehr machen. Und deswegen wäre das natürlich schon geil, damit zu streamen. Aber ich habe das auch schon auf Facebook geschrieben, das Streaming-PC. Der fällt jetzt erstmal wieder zurück. Wie gesagt, ich habe jetzt durch meine eigene Dummheit diese 500 Euro sozusagen verloren. Und das wäre halt eigentlich ein hübscher Streaming-PC gewesen. Naja, was willst du machen? Keine Ahnung. Müssen wir ein bisschen rausschieben. Er steht natürlich immer noch auf meinem Plan. Aber wie gesagt, der wird jetzt nicht wie geplant innerhalb von einer Woche kommen, sondern wird wieder ein bisschen länger dauern. Bis der dann da ist. Und, ja, so lange wird es dann wahrscheinlich ab und an mal ein Stream über die PS4 geben. Ich habe da auch keine festen Zeiten. Das sollte logisch sein. Also erstmal habe ich keine festen. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal ein Streaming-PC habe, dass ich da irgendwie das alles nochmal ein bisschen ausweite. Dass wir da vielleicht auch so einen kleinen Streaming-Plan machen. Mit alle da auch ein bisschen, ja, sozusagen, mehr Bescheid wissen. Aber im Großen und Ganzen waren das eigentlich die Infos, die ich hier geben wollte. Noch mal ein paar Packs hier im Hintergrund gezogen. Wie immer natürlich scheiße. Ja, gestern im Stream haben wir auch nur scheiße gezogen. Das Beste war, glaube ich, Team of the Season TV und ich glaube, der war eigentlich gar nicht mehr in den Packs drin und trotzdem haben wir ihn gezogen. Naja, auch in Ordnung. Ja, ansonsten wäre es das, wie gesagt, gewesen. Ziehen wir jetzt hier vielleicht nochmal zwei, drei Packs und dann sind wir für dieses Video raus. Vielleicht nochmal ganz kurz, was heute kommen könnte. Wenn meine Stimme mit aufgenommen wurde, dann wird eventuell heute Mittag um 15 Uhr so ein kleiner COD-Zusammenschnitt aus dem Stream kommen. Das heißt, ich schneide das mir so ein bisschen zusammen und ja, einfach mal als Fun-Video. Dann abends wahrscheinlich nochmal ein FIFA-Video und dann 20 Uhr eventuell Frauenserie. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich heute Last of Us oder Outlast aufnehme, weil bei mir ist aktuell schon wieder zwei Uhr morgens. Bei euch ist zwar erst 20 Uhr 40, aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch aufnehme. Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht sagen und ja, aus diesem Grund lasst euch einfach überraschen. Ich denke mal, es sollten trotzdem vier Videos kommen. Eventuell werden es nochmal drei wie gestern, aber ich gehe jetzt erstmal spontan von vieren aus, aber lasst euch da wie gesagt einfach mal überraschen. Und jo, ich würde mal sagen, ich bin raus. Da dumme Messe, muss man echt so sagen, einfach nur eine richtige Dummheit und das muss ich vielleicht nochmal ganz kurz jetzt zum Ende sagen. Das Dümmste an der ganzen Sache ist eigentlich, bevor ich in den Erdnüsse und Bier kaufen gegangen bin, hatte ich ja das Portemonnaie in der Hand. Ich hatte es in der Hand, bevor ich in den Laden rein bin. Und ich habe mir dann gedacht, das ist total bescheuert, dass ich dieses Portemonnaie da vorne drin lasse, weil ich war schon einmal in der Disco und habe das Portemonnaie auch da drin vergessen. Allerdings habe ich das in der Disco sofort gemerkt, weil ich wollte mir natürlich was zu trinken kaufen, habe sofort gemerkt, oh fuck, Portemonnaie vergessen und habe schnell geholt. Und seitdem habe ich mir eigentlich immer gedacht, Massif, mach das nicht da vorne rein, du vergisst das. Und an dem Abend, gestern Abend, habe ich genau das gleiche gedacht. Das Problem ist, hier habe ich natürlich manchmal Shorts an, das heißt keine langen Hosen. Und da denke ich immer beim Fahren, dass mir das vielleicht aus der Hose rausrutscht und deswegen lege ich es eher da vorne rein. Aber ich habe mir vorher noch gesagt, Massif, leg es nicht vorne rein, sondern, keine Ahnung, Halt es in der Hand oder mach es in die Hose. Ich habe es natürlich trotzdem da reingemacht und das musste irgendwie bestraft werden. Also all diese Zusammenkommnisse, dass ich gerade Geld geholt hatte, frisch, und die ganzen Karten drin hatte und dass ich vorher noch dran gedacht hatte, all das, wie das zusammengekommen ist, da musste es eigentlich wegkommen, das Portemonnaie. Anders, ja, alles andere wäre seltsam gewesen. Und ja, deswegen einfach nur total behindert. Ich würde sagen, das passiert mir nie wieder. Ist ja schon wieder so eine gleich scheiß Aktion wie mit meinem Portemonnaie im Auto, wo sie mir die Scheibe eingeschlagen haben. Aber da war es wenigstens nicht sichtbar. Naja, scheiß drauf. Ist jetzt passiert, ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao. 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 Ciao.